servus youtube on internet und herzlich willkommen zu einem neuen let's play auf meinen kanal wir spielen call of duty modern warfare das originale von 2007 und zwar die story dieses letzte gab es schon mal auf meinen kanal aber ich habe ja damals einige videos runter genommen und das waren halt auch einige let's plays und deswegen holen wir das ganze geht doch mal nach rein die julga erst die guten neuigkeiten die welt ist im top zustand ein bürgerkrieg in russland loyalisten der regierung gegen ultranationalisten rebellen und schlappe 15.000 atombomben also nur ein normaler arbeitstag karl al-assad im augenblick der zweitmächtigste man im mittleren osten es heißt er hat das öl hier der king zu werden die aufklärung hat ein auge auf ihn geworfen und die schlechten reichen heute stößt ein neuer typ zu uns frisch aus der grundausbildung er heißt so schön sie zu sehen nehmen sie eines der gewehre vom tisch sie kennen das spiel auf zur ersten station und mit dem gewehr zielen zauberhaft okay schießen sie jetzt aus der hüfte auf die ziele nun zielen sie mit ihrem gewehrshub also schießen sie jetzt mit der ziel vorrichtung auf jedes ziel jetzt werden die ziele von etwas sperrholz verdeckt kugeln werden dünnes schwaches material wie holz putz und blech durchschlagen schießen sie durch das holz auf die ziele gut hier tauchen nacheinander ziele auf eins nach dem anderen treffen sie alle so schnell wie möglich wirklich gute arbeit kumpel holen sie sich nun eine pistole gut jetzt wechseln sie auf das gewehr ziehen sie jetzt ihre pistole denken sie dran zur pistole zu wechseln ist immer schneller als nachladen mit dem messer sind sie noch schneller als beim wechseln auf die pistole zerschneiden sie die wassermelone sauber ihre obsttötungsfähigkeiten sind erstaunlich captain price möchte sie sehen und Er ist der neue Sir. Nehmen Sie ihn nicht zu hart ran. Es ist sein erster Tag. Also was ist Soap überhaupt für ein Name? Wie hat einer wie Sie überhaupt die Grundausbildung geschafft? Soap, nun sind Sie mit dem Häuserkampf dran. Alle anderen ab zur Beobachtung. Für diesen Test müssen Sie das Fahrschiff in weniger als 60 Sekunden meistern. Gass hält mit 19 Sekunden den aktuellen Rekord. Viel Glück. Über die Leiter da drüben. Nehmen Sie die MP5 und 4 Blendgranaten auf. Auf mein Zeichen aufs Deck und zur Position 1. Danach die Treppen runter auf Position 2. Dann zur Position 3 und 4 und meinen Anweisungen bei jeder Position folgen. An das Seil, wenn Sie bereit sind. Los, los, los! Treffen Sie die Ziele! Position 2, los! Treffen Sie die Ziele! Blendgranate durch die Tür! Position 4, treffen Sie die Ziele! Position 5, los! Treffen Sie die Ziele! 6, los! Blendgranate durch die Tür! Treffen Sie die Ziele! Finale Position, los! Rennen Sie zum Ziel! Okay, Soap, genug. Das muss reichen. Die Leiter rauf, wenn Sie noch eine Chance wollen. Ansonsten kommen Sie zu den Monitoren für eine Analyse. Ersetzen Sie alle verbrauchten Blendgranaten. Benutzen Sie die MP5. Los, los, los! Treffen Sie die Ziele! Position 2, los! Treffen Sie die Ziele! Blendgranate durch die Tür! Position 4, treffen Sie die Ziele! Position 5, los! Treffen Sie die Ziele! 6, los! Blendgranate durch die Tür! Boah, das war nicht gut. Finale Position, los! Rennen Sie zum Ziel! Das war eine Verbesserung, aber beim Müll ist das nicht schwierig. Nochmal! Die Leiter rauf, wenn Sie noch eine Chance wollen. Ansonsten kommen Sie zu den Monitoren für eine Analyse. Ersetzen Sie alle verbrauchten Blendgranaten. Sie haben das Seil nicht erwischt. Tot. Hä? Ich kann es nicht nehmen, what the fuck? Was ist jetzt los? Oh, jetzt so. Los, los, los! Treffen Sie die Ziele! Position 2, los! Treffen Sie die Ziele! Blendgranate durch die Tür! Position 4, treffen Sie die Ziele! Position 5, los! Treffen Sie die Ziele! Nein! Digga, ich habe es verkackt, Alter. Blendgranate durch die Tür! Treffen Sie die Ziele! Finale Position, los! Rennen Sie zum Ziel! Ziemlich gut, Soap, aber ich habe schon Besseres gesehen. Die Leiter rauf, wenn Sie noch eine Chance wollen. Ansonsten kommen Sie zu den Monitoren für eine Analyse. Ersetzen Sie alle verbrauchten Blendgranaten. Los, los, los! Treffen Sie die Ziele! Das gibt es doch nicht. Schießen Sie auf das andere Ziel! Position 2, los! Treffen Sie die Ziele! Blendgranate durch die Tür! Treffen Sie die Ziele! Position 4, Position 5, los! Treffen Sie die Ziele! 6, los! Blendgranate durch die Tür! Treffen Sie die Ziele! Finale Position, los! Rennen Sie zum Ziel! Ziemlich gut, Soap, aber ich habe schon Besseres gesehen. Das ist mich verarschend, Alter. Die Leiter rauf, wenn Sie noch eine Chance wollen. Ansonsten kommen Sie zu den Monitoren für eine Analyse. Ersetzen Sie alle verbrauchten Blendgranaten. Zwei Millisekunden schneller und wir hätten genau das so gut... Wir wären genauso gut gewesen wie Gäste. Los, los, los! Treffen Sie die Ziele! Das ist ja noch nicht mal perfekt, was ich mache. Das geht immer noch viel besser. Blendgranate durch die Tür! Position 4, treffen Sie die Ziele! Position 5, los! Treffen Sie die Ziele! 6, los! Blendgranate durch die Tür! Das war jetzt wild, Alter. Treffen Sie die Ziele! Die Leiterposition, los! Rennen Sie zum Ziel! Das ist ein neuer Rekord-Soup. Gar nicht schlecht. Die Leiter rauf, wenn Sie noch eine Chance wollen. Ansonsten kommen Sie zu den Monitoren für eine Analyse. Gentlemen, die Frachtschiff-Mission läuft. Machen Sie sich bereit. Wir starten um 0200. Wegtreten. Ziemliche Maschine, oder? Ich weiß nicht, will ich wieder auf Wetterern spielen? Nee, ich habe ehrlich gesagt nie wieder Bock auf Wetterern. Ich gehe auf Söldner. Das ist so eine gute Mischung zwischen Normal und Wetterern. Bravo Team, die Infos kommen von unserem Informanten aus Ausland. Das Paket ist an Bord eines Frachters, Estland-Registrier-Nummer 52775. Ja, das ist gut zu wissen, dass die Besatzung entbehrlich ist. Hier, Hammer 2-4. Wir haben Sichtkontakt zum Ziel. Noch 60 Sekunden. Verstanden, 2-4. 30 Sekunden, Licht aus. 10 Sekunden. Fumptest, auf sicheren Kanal wechseln. Ziel erfasst. Grünes Licht, los, los, los. Waffenfreigabe. Brücke gesichert. Feuer einstellen. Gas, bleib im Vogel, bis wir das Deck gesichert haben. Over. Tag. Druck zu mir. Ich muss aber nicht wieder die... Nee, die geheimen Daten muss ich nicht entsammeln. Das finde ich gut. Treppe gesichert. Letzte Runde. Gang gesichert. Süße Träume. Mannschaftsquartier gesichert. Nach oben. Vorderdecke gesichert. Grünes Licht für Alpha. Los. Bereit, Sir. Verteilen. Drei Meter Abstand. Da sind zwei auf der Plattform. Ich sehe sie. Waffenfreigabe. Ja. Ziel neutralisiert. Ziel erledigt. Wir haben Gesellschaft. Hammer, zwei, vier. Wir haben Ziele im ersten Stock. Verstanden. Wir greifen an. Bravo 6. Hammer hat kaum Sprit. Wir ziehen ab. Big Bird wird in zehn Minuten für die Evakuierung auf Station sein. Verstanden, Hammer. Warcraft, Griffin, haltet uns den Rücken frei. Alle anderen folgen. Ja. Die spare ich mir für den Nahkampf. Verdammt richtig. Auf ein Zeichen. Los. Überprüft eure Ecken. Bewegung. Die Ecken überprüfen. Rechts sicher. Links sicher. Gang gesichert. Vorwärts. Treppe gesichert. Bewegung rechts. Ziel erledigt. Gang gesichert. Überprüft eure Ecken. Links sicher. Bereit, Sir. Vorwärts. Bereit halten. Auf beiden Zeichen. Bin bereit. Blattgranate los. 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 Steg sicher. Gebe Deckung. Weiter. Druck zu mir. Vorderer Bereich sicher. Keine Ziele in Sicht. Vorwärts. Nahe zusammenbleiben. Keine Aktivität. Gäß. Rechte Seite. Bin dran. Sieht ruhig aus. Ruhig bleiben. Keine Ziele in Sicht. Formieren. Formieren. Bereit, Sir. Los. Links sicher. Bewegung. Bewegung rechts. Vorwärts. Vorderer Bereich sicher. Bewegung. Formieren. Bereit halten. Auf beiden Zeichen. Eins bereit. Zwei bereit. Auf beiden Zeichen. Los. gentlemen. 気 spent. Logo. lady Claire. Die. 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 La- Die. 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 Ziel erledigt. Bericht. Alles okay? Ja. Ich empfange starke Signale, Sir. Ein Blick hierauf kann sicher nicht schaden. Ah, das ist Arabisch. Baseplate, hier spricht Bravo 6. Wir haben es gefunden. Bereit, das Paket für den Transport zu sichern. Keine Zeit, Bravo 6. Zwei Flieger sind schnell zu euch unterwegs. Nehmt mit, was ihr könnt und dann nichts wie raus da. Die bewegen sich schnell. Vermutlich Mix. Hauen wir ab. Zub, schnappen Sie sich das Manifest im Container. Los! Alles klar, alle mal nach oben. Pronto. Warcroft, Griffin, wie ist euer Status? Sie sind schon im Helikopter, Sir. Feindliches Flugzeug nähert sich. Scheiße, sie... Boah. Bravo 6, bitte kommen. Bravo 6, wie ist Ihr Status? Scheiße! Was zum Teufel ist passiert? Das Schiff sinkt! Wir müssen weg! Sofort! Bravo 6, komm, verdammt nochmal. Wegbrot! Hier, Bravo 6! Wir sind auf dem Weg nach draußen! Marsch! Soldat! Wir hauen ab! Zu den Stegen! Los, los, los! Bewegt eure Härsche, los! Wieder ausstehen! Gehen wir! Pass auf, dein Kopf! Los, los, schneller! Alles bricht auseinander! Na los, mal los! Achtet auf die Rohre! Bravo 6, rot zum Teufel sind sie! Bereit, wir sind fast da! Welche Richtung? In welche Richtung ist der Heli? Nach rechts, nach rechts! Wir haben keine Zeit mehr! Los, komm schon! Immer weiter! Wo zur Hölle ist er? Spring schon! Hab dich! Wir sind alle an Bord, los! Verstanden, wir verschwinden! Baseplate, hier Big Bird. Arquete gesichert, wir kehren zur Basis zurück. Ende. Legendäres Spiel! Legendäres Spiel! Legendäres Spiel! EINMARGEN, GO! EINMARGEN, GO! Weiter, verfolgen! Ein Moment! EINMARGEN, GO! EINMARGEN, GO! AINMARGEN, GO! AJAYA, GO! Tangan habu merata-roh-ragh kaum da, Gila! Kino, logi airta-si diina, machtamana! AGAK! Ich bin der Fall. Gehen Sie auf den Kurs! Gehen Sie auf den Kurs! Gehen Sie auf den Kurs! Wir sind in unserer Hauz. Wir sind in der Kurs. Ja, Herr, die der Kursche sind die Kursche. Sie haben die Kursche. Sie haben die Kursche. Hier schlägt er noch ein Haus. Im Sinne des Erden der Schmerz. Wir werden die Schmerz entdecken. Die Schmerz und der Schmerz. Die Schmerz ist ein Name der Schmerz. Die Schmerz sind die Schmerzen. Die Schmerz sind die Schmerz. Die Schmerz sind die Schmerz. Sie haben sie nicht. Sie haben sie. Halt sie auf. Sie können sie nicht nur die Leute bewegen. Das ist der Eliazar, Eliazar. Das ist der Eliazar, Eliazar. Das ist der 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 Eliazar.